So, einen wunderschönen Herzlich Willkommen zu ClickerHero. Ja, ich muss den Browser jetzt gerade nochmal öffnen. Da es sich die letzte Stunde nichts mehr gegeben hat, habe ich den Browser geschlossen gehabt. Gut, dann einmal ClickerHero. So, Version 1E10, na holy shit. Aha, sehr schön. So, wir haben tatsächlich nicht ganz die Ziele gerade erreicht. Also, selbst die 1E7er Ziellinie haben wir nicht ganz erreicht. Ich hatte gesagt, dass wir wahrscheinlich nur 1E7 erreichen. Aber selbst das haben wir nicht geschafft. Also, man merkt schon, ne? Sobald man, wie sagt, seine vorherigen Wert überschreitet, bricht das drastisch zusammen. Ja. Aber gut, ist halt so. Können wir jetzt auch nichts machen. So. So, dann einmal es senden. Genau. Schwupps. Und dann gucken wir mal, was wir mit den erworbenen Guthaben so tun können. So 1,538 sollte auch gehen haben wir wieder 2,5 was hat jetzt wenn ich das gerade richtig im Kopf überschlage ich speichere mal vorher safe wenn ich das richtig im Kopf überschlage dann kommen wir wieder ungefähr bei nicht quatsch, wir schaffen mindestens 3,19 das kann ich hier also direkt 3,19 das wären dann 18,17 dann würde also die 2 noch sehen und das mag ich nicht also 2,00997 bitte jeden Komma danke geht das? offensichtlich nicht warum geht das nicht? gut dann machen wir etwas anders dann machen wir hier einfach eine 16 bam geht das? wow okay das ist traurig gut aber ohne weiter schlimm ähm so ach ja mit Zahlen rumspielen macht Spaß so okay ähm gut dann haben wir die schon mal auf einen ordentlichen Wert weiter hoch wäre fahrlässig wobei das wären 21 ja ne das geht nicht ähm na das wären 21 E 38 also 2,1 E 39 gewesen wenn wir jetzt alle 6 nochmal um 1 hoch gerufen hätten und ne offensichtlich mehr als wir haben so dann jetzt hä das ist zwar warum ist das hier so hoher wert ach nicht das Geld ist ja ach ich schon wieder das habe ich gerade jetzt verwechselt äh la so oh dann gucken wir mal so so haben wir alle auf den glatten 3er Wert und jetzt kommt unsere ähm Leute die hier genau können wir also alle immer schön um 2 hoch setzen das passt ganz gut nur bei Kumawakamaru da passe ich nochmal ein bisschen auf so ach doch genau das geht sehr schön okay das passt auch sehr schön dann haben wir jetzt soweit alles hoch genau sehr schön dann kommt jetzt noch das Ding hier bitte einmal alles auf Zutschi und eine auf Frostleaf ist hier schon wieder los oh Alter schon wieder einer krepiert jetzt nicht los äh 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 leck mich halt sooo dann können wir loslegen den Bossfight heute habe ich mittlerweile gemacht gehabt oder ja habe ich sehr schön dann können wir morgen wieder transzenten ich glaube das wird doch Zeit weil ähm ja wie gesagt wir merken jetzt schon dass langsamer wird das heißt das heißt beziehungsweise naja ich meine ab morgen mache ich eh nur noch eine Folge pro Tag das heißt ich kann mir sowieso ein bisschen mehr Zeit lassen dann kann ich auch ein paar kürzere Essentions einwerfen und dann aber jo auf jeden Fall bis morgen Abend denn sollte sowas sein dass wir dann wie gesagt eine Essention machen können werde ich auf jeden Fall die Aufnahme morgen schön spät machen ne abends oder so vielleicht kommt sie immer morgens egal wann sie wann ich sie aufnehme äh von daher sooo und du darauf die restlichen vier bitte auf das Spielfeld dankeschön dankeschön und dann würde ich mal sorgen gehts los naja hier haben wir alles Statistik sieht gut aus ich bin mal gespannt was wir jetzt erreichen hoffentlich 1 E5 aber wenn wir hier schon so extrem zusammengebrochen sind dann bin ich mal gespannt ob wir wirklich 1 E5 erreichen mal gucken ob wir hier äh 1 E5 erreichen ähm was ne Quatsch ich wollte kurz gucken ob ich hier noch was machen kann äh gut also wie gesagt 1 nochmal drauf ist aber sowas von hart zu teuer ja und hier von das sind das lohnt sich auch nicht wirklich da kriegt das natürlich auch nicht mehr viel mehr raus Gott was ne harte Entscheidung warte mal ganz kurz wir haben noch 1 E39 wie viel haben wir wie viel haben wir denn bekommen na gut wir haben 3 Viertel ausgegeben das ist schon ganz schön ne wir haben jetzt ungefähr noch 1 E39 übrig von 4 E39 das heißt wir haben es halt 3 Viertel ausgegeben ich glaube mal das ist ganz in Ordnung jo dann haben wir also alles in unserer Macht Stehende getan ähm um in der Macht zu stehen jüdchen genau jüdchen dann würde ich mal sagen äh minimieren und dann sehen wir sich wieder ja so mit Basic Click habe ich jetzt auch kaum was gemacht ich bin bei Basic Clicker gerade dabei ähm das Goldverhalten zu optimieren weil ich habe gemerkt bis Level 100 geht es halt relativ gut aber ab Level 100 da ist das mit dem Goldfarmen echt langsam ähm schneid es draußen ne so ein Schneeregen äh scheiß Frühlingswetter ne nicht mal ist hm April April ich weiß nicht was er will und das obwohl wir grad nur März haben schlimm schlimm ist das ja ähm gut in dem Sinne würde ich mal sagen gibt es nichts Neues also mache ich Feierabend höhö es war eine sehr kurze Folge wie gesagt ist aber abzusehen weil äh deswegen will ich ja ab morgen auch auf auch auf eine Folge pro Tag wechseln weil es gibt's nichts mehr viel was jetzt in dem Sinne neu ist von daher bis dann